Ein Smart Puffo steht hier zum Verkauf. Die silberne Limousine ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine bietet zahlreiche Aussteckungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einpackhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017